ja jetzt weg da ist ja schon aufdringlich muss ich sagen ganz ehrlich lass doch mal in ruhe schwimmen ich brauche den freiraum da unten ist ein hebe aber da komme ich halt nicht ran so und die ganzen türen hier sind verschlossen fackeln habe ich noch nicht die mir irgendwie den weg erleuchten könnten aber da glitscht sich ein krokodilskopf durch das ist auch wunderschön jetzt ertrink ich schon wieder aber es muss ja irgendwas in dem raum sein also ich meine hier oben gibt es ja nichts hier ist ja alles ein bisschen beengend jetzt gucken wir mal ganz genau suchen wir jetzt mal den boden ab her so das hier hinten ist mir halt ein bisschen suspekt ehrlich gesagt es gibt ja auch keine tür die sich einfach öffnet bei bei berührung also im sinne von hier schön dass du vorbeischaust vielleicht hier irgendwie ja schaut nicht so aus ne wie geht es denn hier weiter muss doch irgendwie muss doch irgendwas sein also hier naja ist gut ich nehme das mal kurz ich will mich ja noch ein bisschen weiter umschauen also ich sehe nichts ich sehe keinen gang ich sehe nicht irgendwie loch in der decke wo wir uns durch schlängeln können nichts der gleichen gut dann jetzt die wand abtasten ist ja auch blödsinn oder ich meine bringen wir das denn das sind einfach nur ganz normale matschige wandtexturen hm tja ne war ja klar dass wir relativ schnell wieder an den punkt kommen wo wir hängen bleiben da war ja schon klar irgendwie ich schwimme jetzt mal die statuen ab so hier irgendwie irgendwas ist vielleicht irgendwie ein hebel der versteckt ist gehe einfach weg lass mich ja wohl oder hier wieder das ist ich meine ich habe gerade auch den hebel übersehen weil der irgendwie hier in den ecken die ecken gequetscht war ja da hinten ernsthaft ich habe es doch gesagt ich habe es doch gesagt irgendwo da hinten gut jetzt lass mich aber wieder raus hier sonst du hast das mit la oh das ist so fies gerade bei der kamera da musst du ja wirklich jeden millimeter absuchen dass du irgendwie durchkommst ok da oben hat sich schon mal nichts geöffnet dann wird sich was im nebenraum geöffnet haben verremute ich mal gut dann schauen wir mal wahrscheinlich genau da wo das krokodil sich so schon so angeglitscht hat ja und wo jetzt hallo hat sich nichts geöffnet oh das ist wieder zeitlich abhängig oder hier unten hat sich auch nichts geöffnet gut wir machen das nochmal wir machen das nochmal luft schnappen ach da hat sie war ach so ja alles klar ein schlüssel ja habe ich irgendwo ein schlüsselloch gesehen war hier oben ein schlüsselloch ach die tür öffnet sich einfach ok ja gut so geht es auch solange wir weiterkommen ist ja alles ist ja alles tutti frutti hier so jetzt kommen wir gleich wieder ein vier entgegengesprung ich ich spüre schon oder irgendein brocken wo auch immer der jetzt herkommt wo kommt der her ich bin doch gerade durch die tür gelaufen hat er sich irgendwie aus einer parallel dimension hier materialisiert oder ich meine ernsthaft wo da oben hängt er drin ach so ist mit UU Patafix da angeklebt oder was na das war's ja da kommt schon der nächste na jetzt bin ich hier äh ah jetzt bin ich wieder hier ok jetzt bin ich wieder ganz am Anfang oder in dem Hauptraum gut wir haben aber schon mal einen schlüssel das macht uns etwas reicher als vorher das heißt wir müssen jetzt eigentlich nur noch bäh lass mich in Ruhe die Hölle zurück aus der du gekommen bist ja jetzt einfach nicht so aufdringlich ist alles gut es ist gleich es schafft du bist gleich weg meine Güte doch schon fast tot er ist es ach naja es kann Zuckerschlecken hier also die werden halt echt immer schlimmer ja ich weiß da oben ist noch was komme ich aber noch nicht hin oder kann das vielleicht sein das ist nur mal eine kleine Vermutung ne gut die Schlüsselöcher sind nicht hier sonst hätte ich gedacht dass man vielleicht irgendwie den Weg zur Zwingst öffnen muss wo mir das immer noch ein bisschen suspekt ist also hier hinten geht es irgendwie lang oder da hinten ist auch noch was also wir müssen an irgendeinem Punkt auf dieses Zwingst klettern hier kommen wir eigentlich auch hoch ne so hm ok 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 bringt mich jetzt nicht wirklich weiter aber ich suche ja eigentlich nur ein Schlüsselloch da wäre ich ja schon mal ganz zufrieden wenn ich ich meine ich sehe viele verschlossene Türen die sich alleine schon so von der Farbgebung etwas abheben ja aber wirklich weiter komme ich ja auch nicht ist auch so still hier so leise so unscheinbar tja da müssen wir uns jetzt wohl irgendwie den Weg hier durchbahnen ich meine war ich ja nicht schon hier oben ich meine ich bin doch schon mal hier warte mal ne hier war ich noch nicht oder man kann mich nicht erinnern dass ich hier so eine kleine Höhle gefunden habe in den Sandwänden was haben wir denn hier bitte lass mich leben aha wo bin ich denn hier gelandet ok na dann tauchen wir mal wieder ne Runde das wäre jetzt ja nicht das erste Mal also erwundert mich für die Wüste gibt es ja ganz schön viele Wasserquellen aber ich will mich ja nicht beschweren aha Hebel ne ich dachte es mir schon ich habe ja mittlerweile mitbekommen dass Sabato sehr gerne hier irgendwo am Meeresboden etwas versteckt unter kleinen fast unsichtbaren Durchgängen ja es hat sich was geöffnet das ist schön aber erstmal Luft schnappen vor allem erstmal speichern wieder das ist auch nicht so eine schlechte Idee so jo da ist auch der da ist auch das offene Tor sehr schön ja ich habe keine Ahnung wo ich hier lang laufe aber es wird schon seine Richtigkeit haben ich gehe mal davon aus dass ich hier nicht umsonst lang geführt werde solange ich hier an der Nase geführt werde ist ja alles in Ordnung aber das scheint bis jetzt hier nicht der Fall zu sein das war ja na sieh mal an er an jetzt hat er sich nicht von selbst gelöst jetzt habe ich den irgendwie durch den Mechanismus freigesetzt ja nicht zittern Lara es dürfte eigentlich gar nicht so kalt sein jetzt hier na komm schon du willst doch da durch die Klappe da oben durch oder öh wieder schöner schöner Durchgang mit dem Stacheln hier müssen wir nur vorsichtig sein ja das ist blöd hier also Schaden nimmt man da so oder so ob man möchte oder nicht ich meine solange sobald man aus dem Modus rauskommt dass man durch die Stacheln durch durchschleicht sag ich mal kriegt man halt Schaden so mein 500 erster Spielstand ist schon krass aber naja wie gesagt bei dem Spiel bei der Schwierigkeit ist da schon denke ich mal verständlich dass ich da etwas vorsichtiger bin jetzt muss ich nur noch die Stelle finden wo ich hochgeklettert bin das weiß ich nämlich auch nicht das war doch hier oder war das hier ach ich weiß es doch nicht ja da hinten war das ja nicht mehr da hat sich der Brocken gelöst ja klar da an der Wand das war's doch so dann kommen wir jetzt auch endlich mal hier hinten lang ich hoffe uns fällt nicht schon wieder der nächste Brocken auf den Kopf ne gut ja schön verwinkelt alles ja so jetzt sind wir hier oben ich dachte mir schon wahrscheinlich landen wir jetzt gleich auf dem Kopf da und da kommen wir da hinten hin und ich meine wir müssen ja noch ganz irgendwie ganz da oben hin auf dieses Gebilde da sind ja die weiter eine Schlüssel und noch irgendwie drei oder vier Medikits ich glitsche mich mal so ein bisschen hier durch die Luft okay ich speichere jetzt kommt wieder so ein schöner Sprung so ein schöner unmöglicher Sprung des Todes aber drauf landen und dann irgendwie ja so nicht das war jetzt nicht meine das war jetzt nicht meine meine Absicht hier ne ich muss das auch nicht nein aber das wird schon stimmen oder wird es stimmen die Idee ist jetzt meine Idee ist jetzt ich lande da drauf Schlitter runter und lande dann auf der auf der Stele da aber scheinbar ist die Inferno ist wieder so extrem weit hier gut jetzt bin ich über das Ziel hinausgeschossen also dieses Knackgeräusch werden wir noch ein paar Mal schauen ich glaube das wird nicht das letzte Mal sein dass Lara sich hier ein bisschen das Genick bricht okay mit Anlauf war das also mit langen Anlauf wird nix im besten Fall aus dem Stand heraus ja ich rette dich bevor es zu spät ist ja oder ja wie soll ich es denn sonst machen na gut egal was ich mache ich fahre immer runter meine Fresse egal was ich mache ich komme einfach es wird nix also ich muss schon relativ weit rechts landen sonst geht das nicht aber wie warte mal dann muss ich mich ein bisschen soja platzieren aber lande ich ja das ist ja das Problem dann ist der Schwung zu kurz wenn ich so schön gerade lande dann funktioniert das aber das ist weil ich da an die Wand an die Decke dotze na na ich hoffe ich hoffe meine Berechnungen stimmen aber wie dann weiter ist auch die Frage vielleicht mache ich gerade was hier komplett falsch kann auch sein vielleicht geht es hier unten weiter ne ist nicht der Fall also man würde mich jetzt hier nicht von dem Weg her langführen weil es geht ja offensichtlich hier lang aber ey die Sprünge sind immer so ach wirklich was ist mit dem Entwickler los dass er solche perversen Sprünge hier kreiert hat das ist ja Millimeter Sache ja das kann sich wieder nur um Stunden handeln bis ich das geschafft habe nein ich lande immer noch zu weit links ok also wenn ich was übersehe könnte es mich gerne wissen lassen aber gerade ja mit Anlauf würde das nix also selbstverständlich ich kann ja versuchen mich so im Anlauf ein bisschen zu drehen oder vielleicht dass ich nicht direkt von der Kante abspringe sondern vielleicht so eher mittig ja so nicht wie gesagt ich glaube das Schlimmste habe ich schon hinter mich gebracht ja also im Dämpel von Tio Kan da war der Sprung viel abartiger Mensch das war noch fast richtig das war noch fast warum braucht der immer solche Sprünge ein hier was ist da los wirklich ja ja das ist halt es ist so knapp bemessen nicht weiter wenn wenigstens die Rutschbahn ein bisschen länger wäre aber ist ja auch nicht ich werde dieses Knacken auch meinen Träumen und ich merke das schon meine Albträume knack 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 ja 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 ach komm ich habe mir schon die Kinnlade gestoßen also ich komme weiter ich komme ein Stück weit voran also ohne Anlauf geht es nicht ich muss ganz komisch am besten so eine Runde laufen oder sowas ja das war auch wieder übers Ziel hinausgeschossen das ist das ist Glück hier kann mir nicht sein dass das irgendwas mit Köln zu tun hat ja das ist wieder übers Ziel hinausgeschossen brauche ich gerade erst probieren ja yo 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 nein nein ach man aber es ist möglich es ist möglich ich bild mir das nicht ein es ist möglich da zu landen ja so nicht so stehen bleiben speichern ich habe den Sprung geschafft hier so jetzt mal schauen also da oben kann ich auf jeden Fall nicht landen da kann ich aber landen richtig richtig das befindet sich doch bestimmt wieder genau ah jetzt kommen die Flugviecher ich rutsche wieder runter gut das ist halt dieses komische Rumgeflappe da das werden diese ekelhaften Flugdämonen sein na wo seid ihr da ist es ja weißt du am besten landen nicht flieg weiter da kann ich die schon abschießen ne keine Lust mehr oder warst du schon äh was macht denn das hier da hinten ne komm her ich bin hier ja ja wolltest du mal hallo sagen oder was war das ah da ist es doch wieder na komm her was macht denn das viel warte mal ich versuche mal auf die auf die Stele da wieder drauf zu springen dann lasse ich es da weiter rumfliegen ich kann das ja irgendwie dann abschießen wenn ich weiter oben bin das wird ja bestimmt noch mal auftauchen ja ist immer nervig wenn die sich verziehen die Gegner jetzt zum Beispiel jetzt habe ich doch ein guter eine gute Schussbahn oder ja da ist es doch na komm wenn es sich da nicht in der Wand festglitschen würde wäre ja alles in Ordnung aber ich konnte da immer noch nicht ran aber ne jetzt speicher na doch ich speicher das ist sogar so ein komischer Sprung aber ich muss auf diesen Sandhaufen da landen na joa jetzt bin ich schon mal hier jetzt bin ich schon mal hier da oben das sieht doch vielversprechend aus es hört nicht auf mit dem komischen Sprung ich merke das schon aber ja aber es ist schon mal der richtige Weg wir haben ja gesehen dass wir ganz nach oben müssen irgendwie wo kann ich mich halt hochziehen geht das hier na na geht doch ich lebe noch ich glaube das 4 hat sich da hinten festgeglitscht aber es ist mir recht ganz ehrlich dann kann ich in ganz in Ruhe mein Zeug machen ja wenigstens ist der Sprung schön präzise bei anderen muss man sich immer so hunderttausendmal um die Ecke drehen und dann wenden wie so eine alte Bulette aber so ja wie gesagt die Speicherstände werden jetzt hier wie Regen vom Himmel fallen genau aus solchen Gründen ne der Sturz nach unten ist halt einfach ja ist halt einfach viel zu tief hier also ich meine erstmal A überlebe ich es nicht B will ich den ganzen Weg nochmal hier nach oben latschen so naja ist gut dass ich an dem Flugviel nicht mehr eine gute Munition verschwendet habe ne ach du Scheiße ja da oh Gott Hilfe soll ich jetzt auf dem Schlüsselding landen ja geht ja die anderen sind ja viel zu steil oder oder da hinten okay mal dann ich bete schon mal für meine Genesung hier und ja ne ich meine es sieht erreichbar aus ne eigentlich nicht das ist vielleicht doch ein bisschen größenwahnsinnig was ich hier gerade versuche ich muss hier um die Ecke springen dann ist es wieder so na gut da muss ich landen der ähm Vorsprung weiter vorne der scheint zu steil zu sein ich kann es mal probieren aber ich werde hier runterrutschen wenn ich denn mal landen würde also landen ist ja nicht meine Stärke in dem Spiel scheinbar ja ja schreien bringt auch nichts mehr ist halt vorbei was soll ich sagen Lara hat nicht so funktioniert wie du es dir gewünscht hast wie ich es mir gewünscht habe ne so naja das war doch schon mal gut ne wenn ich jetzt so man muss auch mal ein bisschen aufpassen wenn sie landet meistens geht sie dann immer noch ein paar Schritte weiter wenn man sie da wenn man die Taste gedrückt hält da muss man dann sofort die Finger wegnehmen dann mag das auch funktionieren aber so auch Lara komm schon quäl mich nicht so ok ok also man kann mir nicht sagen dass ich hier den Sprung schaffe also von hier komme ich definitiv nicht da ran das einzige was ich mir vorstellen könnte also ich will erstmal gucken ob ich hier landen kann auch jetzt auf diesem Ding immer noch nicht ich kann ja nicht landen wie soll ich denn da rankommen ich muss jetzt hier so oh ne ich muss auf diese schräge Plattform da springen und dann natürlich nicht rückwärts aber vorwärts und dann muss ich dann noch im Sprung irgendwie das richtig justieren da muss ich aber so springen damit die das auch kapiert was ich machen möchte ja aber trotzdem mit Anlauf ach du Scheiße oh Gott ich merke schon er tobt sich hier wieder richtig aus was so die Sprünge betrifft na komm dann mach ja dann musst du aber auch mal springen Lara ne kannst du vergessen ja oder ich mach es mir viel zu schwer oder ich muss einfach ah das geht auch nicht schaffe ich den Sprung Moment mal äh äh war haarscharf Millimeter oder so vielleicht schaffe ich den dann doch da kann ich mich da langziehen vielleicht einfach oder langkangeln äh geht auch nicht oh ey ich bin schon ich bin schon durch deinem Schwitzen ey das ist ist schon nicht schön ne ich nehm ich nehm extra Anlauf dass man sieh sie bleibt stehen und springt dann aus dem Stand ne superb wirklich Lara superb es ist nicht ach komm äh es ist ernst es ist wirklich warum tue ich mir sowas so spät so später Stunde eigentlich an äh ich liebe das Spiel versteht mich nicht falsch aber es ist halt ich weiß ja ich wusste dass es in Frustration endet vielleicht bin ich auch ein bisschen masochistisch veranlagt ich weiß es nicht also ich werde anders kann ich es mir nicht erklären dass ich äh wieder zu diesem Spiel zurückkomme nein ich komm zurück weil das einfach ein tolles toll designtes Fanprojekt ist ja aber es ist halt wirklich ah jaja für den Schwierigkeitsgrad äh wie soll das gehen äh so hart kann ich doch gar nicht so hart kann ich doch gar nicht schlittern oder mich zur Seite drehen mich stört es einfach nur dass ich da nicht hinkomme zu dem Schlüssel also ich meine das da mit dem Medikit sieht halt aus wie naja du kannst sein du musst da aber nicht aber wir müssen so oder so nach oben wir wissen ja dass da noch diese Schlüssel sind ne ach gut dass ich meine Speicherstände hab hier also genau aus dem Grund wird das schon seine Richtigkeit Mensch du ich glaube ich sollte so irgendwas entspanntes entspanntes umsteigen wie Animal Crossing oder sowas keine Ahnung ey was ist denn das für ein mach doch mal ach komm das kann man nicht schaffen vergiss es das kann nur hier sein also das geht doch auch nicht ich lande halt immer da ich lande immer daneben das wird nix ja wahrscheinlich noch bis zu meinem Lebensende nur in dieser Einsprungpassage hängen hier oder daran hängen wie auch immer ist jetzt auch egal okay da bin ich jetzt ein bisschen zu früh losgesprungen aber ich weiß nicht ob das was bringt wenn ich ein bisschen später losspringe also ergo Fakt ist ich speichere mal ich muss ja irgendwie hier hinten starten da muss ich irgendwie so eine ganz komische Wendung nehmen aber es reicht nicht aus es reicht einfach nicht aus das ist auch wieder Millimeterarbeit wo ich letztlich auf der Plattform da lande jetzt zum Beispiel bin ich schon ein bisschen weiter hinten gelandet aber eben wieder auf Halschrum es ist halt wirklich so stark davon abhängig ob ich ah jetzt ob ich im letzten Winter nochmal eine Drähe mache der Schlüssel wird mir jetzt ganz komisch angezeigt so wie hey versuch doch mal da runter zu springen oder was ist das jetzt aber muss ich nicht noch weiter nach warte mal geht es nicht noch weiter nach oben ich meine ja ich hole mir den Schlüssel dann und dann soll ich nochmal den ganzen WTH klettern oder was ich meine geht es doch überall noch lang da hinten ich habe hier speichert alter Schwede ja juhu herzlichen Glückwunsch Lara und jetzt hänge ich hier fest jetzt muss ich dann ins Wasser springen damit ich wieder aber das ist mir nix also ganz ehrlich ich glaube es ist leicht ich weiß nicht ob es leichter ist den Weg dann einfach zurück zu klettern ich meine man zeigt mir das extra so an aber ich bin auch irgendwie neugierig wo es wo es hier hinten lang geht ich mache mal einen neuen Speicherstand einfach und ich gucke mal ob das hier hinten der offizielle Weg ist oder so weil ich habe da oben noch irgendwie gefühlt 10 Medikits gesehen und so die möchte ich mir eigentlich auch nicht entgehen lassen bin ich ganz ehrlich also wenn es möglich ist dass ich mir die schnappe aber dann wird jetzt hier 511 bleibt der Speicher bleibt der Speicherstand also da geht es auf jeden Fall weiter das sehen wir das ist jetzt ja nicht irgendwie ja jetzt schnapp dir dein Ding da und dann ist gut so also nächster Speicherstand 512 so landen wir da Nummer 1 dann müssen wir nicht da landen so mal auf der Plattform weiter da hinten nein nicht speichern ich will jetzt nicht speichern wenn ich runterfalle das ist vielleicht eine schlechte Ausgangsposition Och Mann ey Och Lara Mensch machen wir doch nicht Laura mach mir nicht so das Leben schwer so und zack und ich war wieder ich war wieder es ist trotzdem weitergelaufen so zack das speichere ich jetzt halt mittlerweile nach jedem Sprung das ist mir jetzt auch real also was soll ich machen kein normaler Mensch wird das hier irgendwie schaffen können ohne ja genau das meine ich ohne hier irgendwie dauernd zu speichern also ich sag mal im normalen Toombetter speichere ich auch oft ja aber nicht so oft also nicht so dass ich nach jedem Kacksprung speichere ja jetzt muss ich glaube ich auch nicht zu weit rechts sein weil dann sonst der Balken da im Weg ist der meinen Sprung abdämpft hä das sieht alles ziemlich steil aus gut hier falle ich definitiv runter ne das war nix das war nix die eine Plattform die so ein bisschen hier um die Ecke ist wenn ich da mal drauf landen würde die sieht eventuell so aus als ob ich darauf landen könnte